Guten Tag, hier ist euer Omni mit den T5 Büchern diesmal. Haben sie also bald geschafft und dann werde ich erstmal Age of Wonders 4 weglegen. Da sind noch nicht so viele Bücher, deswegen geht das hoffentlich relativ schnell. Werden wir uns ja einfach mal anschauen können. Also fangen wir erstmal mit dem Astralen an. Buch des Erzmagiers. Ja. Aoe-Fähigkeit zu betäuben, abgelenkt und markiert ziemlich gut. T5 markiert dazu. Da kriegt er also wirklich maximal diesen Debuff. Ist aber ein T5 Zauber, deswegen, ja ist okay. Es könnte alle Einheiten in der gesamten Armee sein. Aber hier sind es halt Aoe, Einfeld, ja ist okay. Dann haben wir einen Weltzauber, wir können den Anführer zum gewünschten Weltfeld teleportieren. Ich hoffe mit der Armee. Hab ich auch merkt, er passt nie benutzt, weil... Na gut, ja. Kosmisch übersteuern. Das ist ziemlich gut, wenn ihr halt magischen Ursprung spielt. Was aber eben sehr spät kommt. T5 Einheiten, Bücher kommen generell sehr spät. Aber plus 30% Schaden ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und Störwelle, Feindliche Einheiten werden zwei Runden lang gestört. Allen Pferd, alle positiven Schatzeffekte von allen Feinden, alle negativen von allen Verbündeten. Eigentlich eine coole Sache. Maximierte Magie. Chance auf Pitchentreffer 50%, Treffsicherheit 20%. Ja. Es ist halt, bei den T5 Büchern, weiß ich nicht. Ich finde, bis T4 und ähm, also bis T4 sehr stark. Also ich bin nie so, dass ich sage, boah, ich brauche jetzt unbedingt T5. Es gibt so ein paar Kombinationen, die ganz cool sind. Aber, ja, ich finde es halt, ist okay. Das hier muss man auf jeden Fall darauf spielen. Das heißt, es bringt ja bei vielen Strategien einfach gar nichts. Ja, das Teleportiert ist ganz nett. Aber wir haben auch so die Möglichkeit zu teleportieren. Das ist auch ganz nett. Störwelle ist auch ganz nett. Ja. Und maximierte Energie ist, äh, Magie ist halt okay. Dann gibt es auch nicht mehr Schaden zum Beispiel. Hm. Ich glaube, ich werde das nicht so gut einschätzen. Weiß nicht, ob ihr da alles anders seht, aber ich weiß nicht. Mich flexert hier nicht weg, ne? Wir haben natürlich starke Sachen, aber wer sind wir in T5? Das ist das dickste Buch. Das letzte, was ihr holen könnt. Das ist irgendwie, ist da irgendwie Mäphio, ne? Also es ist schon sehr nischend. Aber ich mache jetzt einfach C, weil ich denke einfach, wenn ich T5 ist, das ultimative Powerhouse. Deswegen sind zum Beispiel T3 Bücher so gut bewährt, weil das, die kriegst du relativ schnell. Ja, da musst du halt extrem viel forschen. Und da muss irgendwas da sein, was so richtig umhaut. Ja. Gehen wir einfach mal weiter diesmal aufs Erzählbuch. Denn ich habe es extra nach vorne gezogen, damit ihr nicht denkt, ich mache hier alles schlecht. Denn hier haben wir tatsächlich, was wir richtig reinhauen. Wir haben erstmal die Titan der Erde. Eine T5 Einheit. Und die könnt ihr nicht bauen, sondern beschwürt ihr im Kampf. Das ist so lecker. 65 Kampfzauberpunkte. Wenn ihr da geschickt drauf geht, könnt ihr den also zwei, dreimal beschwören. Extrem stark. Könnt ihr einfach hinten rein. Ich sehe dieses fette Schmetter mit viel Schaden, Bewegungsunfähigkeit. Habt ein super Tank da. Habt ihr noch, na gut, ein klassisches Schockeinheitsangriff. Und ihr seht hier, Verteidigungsmodus, Gegenschlag verlieren, wird alles verloren gehen. 150 HP, könnt ihr einfach mit reinsetzen. Also 18 Einheiten, die ihr habt. Plus alles, was ihr beschwört und so. Könnt ihr das noch zusätzlich beschwören, ist schon massiv stark. Also wirklich extrem stark. Dann nochmal, Erdbebenmaschine ist einfach ein Belangungsprojekt mit 10. Befestigungsschaden. Und ja, Erdbebenmaschine, Einheiten, die haben geringe Reichweite, machen alle hin und ist kaputt. Finde ich irgendwie nicht so cool, aber die Befestigungsschaden sind halt sehr gut. Also 10 Befestigungsschaden ist schon sehr gut. Dann nochmal tektonische Bruch. Alle Feinde, allein 30 Befestigungsschaden, alle Feinde, können bezäumt werden. Seht ihr, jetzt vergleicht das mal mit einem Erdmager, wo ihr ein drumherum das machen könnt. Das ist halt tausendmal besser. Wirklich tausendmal besser. Und jetzt kommt noch ewige Erde, das macht dann noch besser. Wenn ihr eine Elementarstrategie nämlich fahrt, werden die alle unsterblich. Können einmal nach ihrem Tod wieder zum Leben erweckt werden. Das ist einfach super krass. 50% HP. Wenn ihr das mit diesen, die drei Elementaren macht, aber da zählt der Titan der Erde ja auch zu. Das heißt, die drei Einheiten, wenn die dann sterben endlich, irgendwann kommen die einfach nochmal wieder. Wenn ihr das auch noch geschickt macht, es gibt ja noch mehr Elementare, muss man eigentlich auch mal eine Strategie zu fahren, nur Elementar spielen. Das ist schon sehr brutal. Das ist sehr, sehr stark. Und ihr habt auch noch Uhr an der Erde, was nochmal krasser jetzt wieder vergleicht, mal bitte mit dem anderen vom Buch des Erzmagiers. Ihr habt einen Helden, der kriegt 30% Schaden. Einfach vielleicht 30% mehr Schaden. 20 HP, ja okay, wird ein großes Ziel. Aber das ist halt brutal stark. Ich liebe dieses Buch. Also T5 ist das auf jeden Fall my way to go. Aber müssen wir mit anderen auch nochmal gucken. Aber das ist auf jeden Fall schon super, super, super stark. Ja, deswegen kommt das für mich als ich finde, ich liebe das. Ich spiele das immer sehr gerne, wenn dann wirklich das Spiel sich länger zieht, was natürlich sehr selten ist, aber es ist halt wirklich extrem stark. Schauen wir uns mal Chaosbuch an. Ja, das ist das Einzige, wo ihr tatsächlich noch eine neue Einheit bekommt, nämlich den Balor, der auch sehr, sehr stark ist. Aber ihr müsst dafür halt Bevölkerung opfern. Ja, aber macht natürlich brutal viel Schaden. Also es ist wirklich sauviel Schaden, was wir haben. Ich weiß nicht mal, ob dieses Chaosbrand mal schon immer dabei war, ob das neu dazugekommen ist. Auch eine Todesexplosion, wenn er stirbt. Obwohl ich ihn eigentlich ja nicht sterben lassen will, weil er schon sehr teuer ist. Aber ihr könnt ihn halt recht gut beschwören. Kostet auch sehr viel Zauberpunkte natürlich, ist ja klar. Und macht auch sehr, sehr viel Schaden, wie ihr seht. Einen Rennen könnt ihr hinzufügen. Erde spalten könnt ihr in Linien von vier Feldern halt. Breite von drei Feldern. Super brutal. Gerade wenn ihr die am Anfang manchmal auf magischen Materialien stehen habt, ihr habt auch brutal so hohe Weltschwierigkeitsstufe. Die hauen schon ordentlich rein. Dann müsst ihr irgendeinen Schieß haben oder irgendeine gute Strategie, um ihn abzulenken und da irgendeine Chance haben. Der ist sehr stark, sehr cool auch. Aber ich finde dich cooler, im Kampf zu beschwören. Mein Buch ist Schöpfer, ist trotzdem eine sehr coole Einheit. Ist, glaube ich, auch das einzige Buch, was sonst noch eine Einheit dazu gibt. Von daher passt das. Haben wir Dämonische Ansturm. Alle angreifenden Einheiten erhalten für drei Runden. Tödlicher Elan eilig. Tödlicher Elan heißt genau, eine Aktionspunkte zurück. Das ist auch ganz cool für Schockeinheiten. Und sehr hohe Geschwindigkeit. Angreifende Einheiten heißt aber nur, wenn ihr wirklich im Kampf, im Angriff kämpft. Soweit ich das weiß. Also ist ein bisschen komisch formuliert. Das heißt nicht, wenn ihr die gerade angreift, kriegen ihr es dann. Sondern das müsst ihr schon vorher. Das muss vorher schon klar sein. Dann haben wir noch ein Belagungsprojekt. Minus Standstabilität, wie interessiert es. Aber werden drei Feindliche Einheiten, die keine Helden sind, bis zum Ende des Kampfes mit Gedankensteuerung. Sau stark. Sechs Befestigungen schaden nur. Aber dieses Gedankensteuerung ist halt extrem stark. Kann ich euch nur empfehlen, aber ist natürlich sehr spät. Und das ist auch ganz cool. Beschwört im Kampf. Ein Avatar deines Herrschers im Kampf. Der Avatar besitzt dieselben Fähigkeiten wie der Herrscher. Da könnt ihr euch ordentlich was machen. Tollen Aktionspunkte. Und alle Unheilende. Gut, erhalten 10 Morals. Okay. Aber extrem, extrem stark. Kann nicht in Kämpfen verwendet werden, in denen dein Herrscher anwesend ist. Das heißt, dadurch nicht so stark. Also der Herrscher kommt dann nur als Avatar. Das heißt, wer den schon drin hat, bringt es halt gar nichts. Deswegen, okay. Der Monische Skometze beschwört einen zufälligen Unheil der Stufe 1. Wenn diese Einheit einen anderer tötet. Ne, Entschuldigung. Beschwört einen zufälligen Unheil der Stufe 1. Wenn diese Einheit einen anderer tötet. Also der Held, der einen tötet. Genau. Mit geringer Wahrscheinlichkeit kommt es stattdessen in die Stufe 2. Auch sehr gut, weil ihr halt einen sehr starken Helden habt. Könnt ihr da ordentlich mit rein. Trotzdem nicht so stark. Auf jeden Fall wie Buch des Schöpfers in meinen Augen. Trotzdem, weil ihr einfach schon eine Einheit bekommt. Ein ganz cooles Belagungsprojekt, würde ich schon sagen. Das kann man unter A festlegen. A, B. Ja, ich bin beschwört, wenn man was tötet. Auch ganz cool. Ich sag mal A einfach. Muss ich gleich nochmal vergleichen. Kann sein, dass ich nochmal hin und her ziehe. Muss ich nochmal schauen. Wir haben keine Einheiten in Verzauberung dabei. Aber der Balor ist schon eine ziemlich gute Einheit. Ja, Buch des ewigen Fürsten. Welken und Nebel. Alle Feinde für drei Runden. 15 Frostschaden, was gut ist. Blenden und Geschwächt. Also jede Runde kann das dann möglich sein. Und ihr könnt eine untote Armee wecken. Finde ich jetzt nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. Also das ist, dass ich massiv in der Stärke gedroppt in meinen Augen. Weil ihr natürlich jetzt Untote wie sonst was rauspumpen könnt. Deswegen braucht ihr das nicht mehr so sehr. Weil ihr da meist eh schon viel zu viele Untote habt, wenn ihr in den Kampf kämpft. Von daher ist diese Fähigkeit massiv in der Stärke gesunken. Ist aber eigentlich natürlich eine sehr coole Fähigkeit. Wahre Todesmagie. Die Fähigkeit Fluch des Schnitters. Das ist dieses Finger des Todes. Extrem lächerliche Fähigkeit. 60% einfach zu sterben direkt. Wenn das nicht untot war, kriegt ihr dann noch verwesenen Zombie. Und sonst kriegt ihr 45 Frostschaden. Und das ignoriert den Widerstand. Also wirklich 45 Schaden. Also ganz cool. Kampfmager Einheiten generell. Nekomanden müssen hier mit Kampfmager und Unterstützung gespielt werden. Habe ich ja schon mehrmals gesagt. Und das ist natürlich auch ziemlich cool. Alle verbündeten Untoten Einheiten werden mit 50% ihrer gesamten Trefferpunkte wiederbelebt. Komplett lächerlich. Gleichen, die keine Untoten sind, werden halt als verwesenen Zombies wiederbelebt. Sehr, sehr gut. Kostet aber auch Seelen. Müsst ihr daran denken, dass ihr davon genug habt. Ob da der Ewige, wird dieser Eldeneinheit nach zwei Runden im Kampf getötet. Durchziehen mit 35% ihrer Trefferpunkte wieder zum Leben erweckt. Nach zwei Runden. Wird er nach zwei Runden. Das ist wieder eine Formulierungssache im Deutsch, glaube ich. Da kann beliebig oft verwendet werden. Also gut, nach zwei Runden heißt dann, okay, wenn er dann einmal getötet wurde und er dann nicht direkt getötet wird, kann er nochmal kommen. Das ist auch ganz gut. Den Ernstengut kennen wir ja. Das war's. Ja, also Schlachtfeld-Wiederbelegung ist sehr stark. Waratogus-Magie ist sehr stark. Und der Ewige trotzdem auch wieder nicht so ultra stark wie jetzt Buch des Schöpfers. Und ich finde es, weil wir keine Einheit haben oder sowas und das hier tatsächlich sehr an Stärke abgenommen hat, finde ich es okay. Aber das ist natürlich sehr stark. Wenn ihr da richtig drauf spielt, kann das schon auf jeden Fall was. Ja, B oder A? Ja, B. B plus. Ja, nee, es muss auch zu A irgendwo sein, glaube ich. Gehe ich jetzt einfach davon aus. Dann gehen wir zum nächsten Buch. Buch der Göttin der Natur. Haben wir nur drei Zauber tatsächlich? Sehr wenig. Aufmerksamkeit des Waldes. Kompletter Schwachsinn. Braucht nicht drüber zu reden, was bringt das? Also sorry, könnt ihr mir sagen, wenn ihr das geil findet, ich finde es total sinnlos. Naturgewalt extrem stark. Kavallerieeinheiten, also könnt ihr mit Kavallerie-Strategie spielen. Feenwesen, Pflanzen, die ihr auch in Pflanz verwandeln könnt und Tiere. Das heißt, wenn ihr Tier und Kavallerie oder Pflanzen... Ja, also Tier und Kavallerie reicht eigentlich schon. Gibt es noch mehr Schaden auf Trefferchance. Kriegt vier Verderbnis-Schaden dazu. Ja, könnte noch ein bisschen mehr sein in meinen Augen. Ist aber okay. Master Verjüngung, alle werden um 40 HP geheilt. Sehr gut. Und alle Tiere und Pflanzen, wenn du 50% der HP wieder überholt. Auch eine coole Sache. Und Avatar der Natur ist auch sehr gut. 60% für drei Runden vergiftet. Verwesen, geschwächt oder verwegungsunfähig. Jeder Angriff, das ist ziemlich gut. Könnte dreimal Debuffs hinzufügen. Gerade als Fernkämpfer sehr stark. Ist natürlich ein bisschen wenig. Also wie gesagt, das kannst du mal rausstreichen. Dann bleibt nur Naturgewalt. Das ist mir irgendwie zu schwach. Aber ist okay, ne? Also könnten sich super auf Kavallerie spielen hier. Ja, Master Verwögelung ist ganz nett. Aber so richtig brennen tut das nicht. Wird aber wenigstens irgendwie so ein... Ich weiß nicht, könnte auch C sein. Kein Schadenszauber. Ich glaube, ist es auch irgendwie... Man hat mit Kavallerie-Anheiten schon sehr gut spiel. Also eine sehr starke... Aber die ist halt nicht so super stark. Da müsste ich glaube ich den sogar noch höher setzen, oder? Ja, lass mich mal gucken. Also guck mal nochmal. Also hier haben wir schon allerdings gescheite Fähigkeiten. Wir haben auch einen Bach dazu. Ein Maximierte, eine Magie ist halt scheiße, ne? Schirrwelle. Kahlreis. Vermüll, ne? Also da ist... Schwierig. Machen wir erstmal letzte Zähne. Buch des Gott Kaisers. Göttlicher Schutz. Einheiten verbündet. Ziele werden eine Runde lang mit Widerstehung besetzt. Sehr gut. Kann man einfach immer, wenn man gerade gegen brutale KI spielt, auch Einheiten opfern. Die werden dann nachher wiederbelebt, wenn ihr gewinnt. Super cool. Erhabende Kämpfer. Einfach 100% mehr Schaden. Stärkter Widerstand, Verteidigung und so weiter. Fand ich unterwältigend, als ich mir auch so einen Drachen angewandt habe. War an sich natürlich eine coole Idee. Kostet auch nicht so viel Kampf-Sauerpunkte. Zorn des Kaisers. Die feindliche Armee kriegt einfach ganz viel Zeug, ne? Seht ihr hier? Also... Zusätzlich 50%, also 30% Schaden, können wir einfach sagen, weil wir im feindlichen Territorium sind. Und Massenwiederbelebung ist natürlich super cool. Alle verbündeten Toteneinheiten mit der Eigenschaft Gläubiger oder Eifer, was wir ja relativ gleich hinkriegen können, wie ihr wisst, werden wiederbelebt mit 50% der AP. Und Schutzgruppebeschwörer ist auch sehr stark. 30 temporäre Treffepunkte macht extrem viel aus. Könnt ihr über zwei Felder auch benutzen. Sehr, sehr cool. Aber auch natürlich... An Buch des Schöpfers kommt halt nix daran. Wir haben wieder eine Belebungsfähigkeit, was ein bisschen langweilig ist, weil wir haben da eine Belebungsfähigkeit, da eine Belebungsfähigkeit, wir haben da eine Belebungsfähigkeit. Was halt irgendwo das Ganze ein bisschen langweiliger macht. Wie gesagt, mit dem Super-Kämpfer ist halt ganz cool. Kann man gerade auf den Helden, glaube ich, gut anwenden. Drache, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so super. Das ist sehr utility-mäßig, sehr nützlich. Könnte aber auch ein T4-Buch sein oder T3-Buch, um ehrlich zu sein. T4, sagen wir mal, damit es nicht zu krass ist. Ja. Deswegen, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das einordnen. Also, wenn ich zufrieden bin, ist auf jeden Fall das schon mit das bessere Buch, weil es einfach nochmal eine Einheit dazu kriegt. Wird das in B einordnen? Ah, ich weiß es nicht, ey. Boah, da müsst ihr mir echt mal helfen. Also, das sind natürlich C-Plus oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist noch schwächer, oder? Obwohl der Avatar der Natur ziemlich stark ist auf dem Held. Boah, dieses Waldgebiet ist halt so wenig. Man kriegt zwei Zauber oder zwei Fähigkeiten, die man forschen kann, und eine Heldenfähigkeit. Komm, ich nehme das so, ja, fast irgendwie. Das ist halt schwierig. Ich finde halt, man muss ja bei T5-Büchern schon einiges erwarten. Und ich finde es halt sehr schade, dass die meisten T5-Bücher eher so, meh, Sachen erringen. Ja, immer was wiederbeleben, das ist schon cool. Das ist schon sehr powerhouse. Aber da wäre halt cooler, irgendwelche krasse Einheitenverzauberungen, wo die nochmal brutal geändert werden. Richtig fiese Transformationen oder sowas. So eine Übertransformation wäre richtig cool. Also eine wirklich massive, nicht nur eine erhebliche Transformation, sondern so eine richtige Übertransformation. Da nochmal drüber gehen. Na egal. Könnt ihr mir sagen, was ihr so meint. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und T4 kriege ich übrigens nicht über, ähm, ja, wer heißt der Tiermaker. Das Problem ist dabei, dass ich keinen Bock habe, die selber zu erstellen. Nur das ist viel zu viel Arbeit mit 15 Büchern. Ähm, ja, mal schauen, ne. Wenn ich bezahlt werden würde, wäre das anders. Aber so muss ich mal gucken. Und sonst, vielleicht finde ich es irgendwo. Haut rein.